Hallo zusammen, ich grüße euch herzlich. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mir ein besonderes Thema rausgepickt, und zwar Stressübertragung. In den letzten Monaten oder überhaupt in den letzten ein, zwei Jahren haben viele Menschen viel Stress ertragen müssen. Viele Ängste, viel Unwohlsein. Ja, viele wussten nicht, wo führt das Ganze noch hin, wie können wir lernen, mit diesem Stress besser umzugehen. Einige haben sich dazu entschieden, Yoga zu machen, die anderen haben angefangen, Sport zu machen. Die Nächsten haben sich im Selbstfindungskurs wiedergefunden oder auch nicht. Und mir ist halt wichtig, das Thema anzusprechen, weil ich gemerkt habe, dass dieser ganze Stress sich auch auf die Hunde überträgt. So ist es zum Beispiel, dass wenn wir selber Ängste haben und wenn die auch nur so im Hintergrund mitschwingen, dann bekommen unsere Hunde das mit. Viele Menschen vergessen das. Also Hunde bekommen nicht nur mit, wenn wir in einem direkten Stress sind, also sprich in einer Todesangst oder wir haben gerade massive Probleme bei uns, sondern dieses subtile Stresspegel, der die ganze Zeit in uns aufrechterhalten wird durch die verschiedenen Eindrücke, durch die Medien, durch die Ereignisse, die uns überfluten. Da fällt mir sofort die Flut ein, da fällt mir Corona ein, da fällt mir der Krieg ein, dann Wirtschaftskrise, wir alle haben irgendwie Angst, dass sie irgendwann nicht mehr heizen können und, 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 und. Das sind alles Belastungen, die wir zwar nicht die ganze Zeit aussprechen, aber die wir fühlen und die wir leben. Und das bekommt auch dein Hund zu spüren. Und die Hunde bekommen das ungefiltert ab. Ihr müsst euch überlegen, jeder Gedanke wird ja zu einem Gefühl. Das heißt, wenn wir uns die ganze Zeit mit diesen Problemen beschäftigen, die im Moment so akut sind, dann setzen sich diese Gedanken auch als Gefühl in unseren Körpern fest. Und dort gibt es dann Volkskrankheiten wie Burnout, Depressionen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, all diese ganzen Symptome, die eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, gut sind. Und, ja, klingt jetzt erstmal verrückt, ne, aber der Körper signalisiert ja, dass er nicht mehr kann und nicht mehr will und, ähm, dass er eine Veränderung braucht. Und wir können die Veränderung, ähm, in erster Linie immer nur bei uns herbeiführen und die Sichtweise auf, auf die Dinge, die um uns herum geschehen. Deshalb ist der Umgang mit Stress, ähm, insofern, ähm, ausschlaggebend dafür, wie du mit dem Stress umgehst und wie du darüber nachdenkst. Wenn du den ganzen Tag Nachrichten guckst und wenn du den ganzen Tag dir mal anschaust, was auf diesem Planeten los ist, dann macht das mit mir persönlich, ähm, ganz viel, ganz viel Negatives. Also, ich, mir fällt es dann wirklich schwer, ähm, viele positive Gedanken auch zu fassen und, ähm, ja, da heißt es, ähm, im Grunde genommen immer wieder sich dazu motivieren, etwas zu machen, was einem Spaß macht. Immer etwas zu machen, was wieder positive Energien durch deinen Kopf, durch deinen Geist, durch deinen Körper strömen lässt. Ähm, sich nicht festhängen lassen, also den ganzen Tag irgendwie, ähm, schlechte Laune haben und dann darin versinken, auch im Selbstmitleid versinken. Das ist, ähm, manchmal leichter gesagt als getan. Ja, ich weiß, vielleicht hörst du gerade zu und sagst, ja, aber das und das und das und das ist passiert und seitdem bin ich so und so und so und dann bekommt mein Hund das auch mit. Und, ihr, ihr, du musst dir immer überlegen, dass der, der Stress so lange bleibt, wie du darüber nachdenkst. Ja, es ist so. Also, du kannst diesen Stresspegel nur aufrecht erhalten, wenn du darüber nachdenkst. Ich mache extra eine Pause, damit du versuchst, diesen Satz mal wirken zu lassen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit über Ereignisse nachdenke, die mich stressen, dann bleibt mein Körper, mein Geist in Alarmbereitschaft. Und so lange habe ich auch Stress und schütte Stresshormone aus. Wir sind permanentem Stress ausgesetzt, fortlaufend, immer wieder, auch durch die ganzen Ereignisse, die vor allen Dingen im letzten Jahr passiert sind. Der Krieg macht mit uns einen andauernden Stresspegel. Sprich, wir kommen gar nicht mehr richtig runter, wir kommen gar nicht mehr richtig zur Ruhe. Das ist so, als wenn wir ständig bedroht würden. Jetzt ist es ja so, dass wir nicht unmittelbar in einem Kriegsgebiet leben, aber alleine die Gedanken daran, dass der Krieg uns erreichen könnte, dass der Krieg uns Angst macht, dass uns das belastet, dass Menschen dort sterben, weil andere Menschen ein bisschen mehr Land haben wollen als wiederum andere. Alleine die Tatsache ist schon sehr, sehr krank. Da fällt mir gerade ganz spontan etwas zu ein. Ich meine, Russland, Ukraine, Deutschland, Polen, das hängt ja alles so zusammen. Und ich meine, Russland ist ja groß genug und die Ukraine auch. Und dann sollte man sich doch einfach untereinander ein paar Landabschnitte geben, austauschen. Schenken, schenken, verkaufen. Mir egal. Hauptsache, man hat nicht das, was wir jetzt haben. Aber das nur mal so nebenbei. Verrückte Welt, oder? Nee, verrückte Menschen, nicht verrückte Welt. Diese Tatsache, dass wir die ganze Zeit dieser Situation ausgesetzt sind, oh, wenn jetzt das und das kommt, dann könnte das und das passieren. Und wenn jetzt auf einmal vielleicht über Atomkrieg gesprochen wird, dann löst das etwas in uns aus, was uns Stress macht. Und wir sind die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Das ist wie so ein Arzt, der im Bereitschaftsmodus ist. Und unser Körper und unser Geist ist fortlaufend im Bereitschaftsmodus vom Stress. Und unsere Hunde, die bekommen das ja alles mit, aber die haben keine unmittelbare Gefahr bei sich. Das heißt, die spüren auch, dass nicht der Säbelzahntiger in der nächsten Ecke auf uns Menschen lauert und wir dann in Todesangst weglaufen müssen oder versuchen zu kämpfen. Hunde erleben diesen Stresspegel die ganze Zeit bei uns und manche Hunde zeigen dann Verhaltensweisen, die uns Menschen nicht gefallen. Und dann gehen viele Menschen zum Hundetrainer und der Hundetrainer manipuliert und konditioniert und trainiert am Hund. Grundsätzlich ja okay. Also gibt es ja auch ganz viele Hilfsmittel, womit man Hunde dann in die richtige Richtung lenken kann. Aber die Ursache, die Grundmauer des Problems bleibt ja so bestehen, wie sie ist. Der Mensch ändert sich ja nicht. Der Mensch ändert ja nur seinen Hund und viele Hundetrainer verändern auch nur die Hunde. Und weniger die Einstellung und den Umgang der Menschen mit dem Stress. Also zeigt der Hund Verhaltensweisen, wo der Mensch sagt, boah, also ich bin jetzt so genervt, dass mein Hund schon wieder in dieser Situation an der Leine oder wieder in einer ganz bestimmten Situation bei einem Jogger oder bei mir zu Hause so und so ein Verhalten zeigt. Und das nervt mich total. Der soll endlich damit aufhören. Und ich habe schon alles Mögliche versucht. Aber es klappt nicht. Jetzt gibt es ja Hunde, die ganz deutlich eine Sprache sprechen, nämlich die Sprache des Herzens. Und es gibt viele Hunde, die ich in den letzten 35 Jahren kennengelernt habe und mir geflüstert haben. Also wenn mein Mensch jetzt so bleibt, boah, wie der sich verhält und der ist die ganze Zeit in einem Stress und der hat eine unglückliche Beziehung oder der ist die ganze Zeit in der Angst vor dem Krieg oder der mag seinen Job nicht mehr und der hat finanzielle Probleme. Wenn der Mensch so bleibt, dann habe ich echt keinen Bock mehr. Ich habe schon alles versucht, also ich habe schon Signale gezeigt, dass ich draußen und alleine mich daneben benehme, ich bin zu Hause unruhig, ich kann schlecht alleine bleiben, ich bin völlig unausgeglichen, ich rempele andere Hunde an, ich benehme mich völlig daneben beim Spaziergang, ich belle Jogger oder Fahrradfahrer an, ich höre keinen Schlag. Ich habe schon alles versucht, aber mein Mensch reagiert einfach nicht darauf, dass er sich verändert, sondern er will mich die ganze Zeit verändern. Der Mensch sollte doch mal bei sich anfangen. Ja, das finde ich ist ein guter Start für die Beziehung mit seinem Hund, dass man aus der Erziehung des Hundes rausgeht und in die Beziehung mit sich selber wieder den Zugang findet, auch zu seinen wahren Gefühlen. Denn vieles wird ja gedeckelt, auch diese Ängste und dieser Stress, der wird ja auch gedeckelt. Also wir funktionieren ja trotzdem weiterhin. Macht euch bitte mal da, wirklich jetzt nicht sofort, aber macht euch mal in Ruhe, einfach bei einer Tasse Kaffee oder bei einem Tee, in Ruhe mal ein paar Gedanken darüber, wie viele Dinge ihr tut, obwohl ihr sie nicht tun wollt. Sie machen euch Stress, ihr seid genervt, ihr habt auf gut Deutsch die Schnauze voll, ihr würdet am liebsten gar nicht mehr zur Arbeitsstelle hingehen, ihr würdet gerne euren Traum leben, ihr habt keinen Bock mehr auf diese Beziehung, ihr habt keinen Bock mehr auf alleine sein. Es gibt auch viele Menschen, die sind Single und die haben einfach keinen Bock mehr alleine zu sein und dann gibt es wieder viele Leute, die sind in einer Beziehung und haben keinen Bock mehr auf die Beziehung, die wollen lieber mal alleine sein, dann akzeptiert der Partner das aber nicht. Also so ist man ja in einem permanenten Stresslevel und macht euch bitte in Ruhe Gedanken darüber, welche Dinge ihr für euch verändern könnt, indem ihr sie verändert. Wenn ihr es nicht verändert, dann bleibt es einfach so und dann dürft ihr, ihr könnt euch beschweren, aber ihr dürft euch nicht darüber wundern, dass dann eure, ja, körperlichen Beschwerden nicht aufhören. Wenn ihr jeden Morgen zu einer Arbeitsstelle geht, wo ihr schon seit fünf Jahren massiven Stress habt, dann braucht ihr keinen Physiotherapeuten, der euch nach euren Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen guckt. Ihr braucht den Therapeuten für euch, für euch selbst. Ihr dürft lernen, in bestimmten Situationen Nein zu sagen und in anderen Situationen wieder Ja zu sagen und Ja zu sagen zu den Dingen und zu den Menschen, die euch gut tun. Den lasse ich auch mal sacken. Es gibt auch ganz viele Menschen, die sind mit anderen Menschen zusammen und die Menschen tun ihnen nicht gut. Und trotzdem bleiben Menschen bei Menschen, die einem nicht gut tun, weil sie Angst vor dem Alleinsein haben und weil sie immer wieder die Hoffnung haben, dass es ja irgendwie klappt. Ich finde, man sollte nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, wenn mal irgendwelche Probleme aufkommen. Ob das in Freundschaften ist, ob das auf der Arbeitsstelle ist oder ob das in der Beziehung ist. Da sollte man einfach die Nerven halten und mal wirklich nicht sofort das Drama schlechthin sehen und dann auch im Drama bleiben. Ihr habt immer die Möglichkeit, auf zwei Wege zu gehen und einer davon ist der Weg des Herzens. Und wenn ihr diesem folgt, dann könnt ihr euch nicht verlaufen. Aber bringt euch auch wirklich mal dahin, darüber nachzudenken, dass ihr bestimmte Dinge in den nächsten Monaten oder in diesem Jahr 2023 versucht zu verändern. Fangt mal bei euch an. Wenn ihr meint, ihr müsstet vielleicht weniger Fleisch essen, wenn ihr meint, ihr müsstet weniger rauchen, weniger Alkohol trinken, dann versucht es einfach. Und wenn ihr zwischendurch scheitert, dann verurteilt euch nicht, sondern habt Verständnis für euch und sagt euch, ja okay, aber ich werde es jetzt immer wieder versuchen, so lange, bis es klappt, weil es ist für mich gut, wenn ich in die Veränderung gehe. Macht euch nicht abhängig von irgendwelchen Genussmitteln, von irgendwelchen Dingen, die euch dann von eurem Weg abbringen und eigentlich nur so eine Verlängerung der Probleme herbeiführen. Sprich, das ist so ein Gewohnheitsprinzip. Also ich habe Probleme und dann deckele ich die mit irgendwelchen Hilfsmitteln, genau wie die Probleme beim Hund gedeckelt werden mit Hilfsmitteln und dann zieht sich das Ganze nur in die Länge. Wenn ihr aufhören wollt zu rauchen, hört auf zu rauchen und ich würde niemals so etwas empfehlen, wenn ich nicht selber diese Dinge durchgemacht hätte. Wenn ihr abnehmen wollt, dann nehmt ab, wenn ihr zunehmen wollt, dann nehmt zu. Wenn ihr die Bereitschaft zeigt zur Veränderung, dann ist immer irgendwo ein Weg und da gibt es auch genügend Menschen, die euch mit Sicherheit zur Seite stehen werden. Jetzt gibt es bestimmt die Unkenrufe, die laut rufen, ja, aber ich habe ja niemanden mehr, nur noch meinen Hund und das ist der Einzige, dem ich vertraue. Aber Leute, euer Hund ist damit schlichtweg in vielen Situationen überfordert. Bedenkt das bitte, ja. Also ihr könnt euren Hund nicht zu eurem Therapeuten machen und ihm dann am besten noch überlassen, eure Probleme zu regeln. Euer Hund zeigt euren Stress in seinem unerwünschten Verhalten. Ja, das ist leider so. Und ich beschäftige mich damit nicht seit gestern und darum bin ich auch nicht der Freund der klassischen Hundeerziehung. Dann irgendwie mal schnell hier ein Pfiff und dann funktioniert der Rückruf und das sieht immer alles so toll aus, aber dafür hat man dann noch 25 andere Probleme, die aber daher rühren, dass der Mensch nicht wirklich mit sich im Einklang ist. Also wenn dir jemand sagt, dass sein Hund hervorragend hört, aber sonst ganz viele andere Dinge nicht in Ordnung sind, ja, dann hat er nur eine Sache, die gut läuft und funktioniert, nämlich das Abrufen. Wenn der Mensch aber mit dem Hund und mit sich selber keine gesunde Beziehung hat, dann bleibt es auch eben nur bei diesem Abrufen. Und das ist dann so dieser Vorführeffekt für andere Menschen, die dann sagen, boah, guck mal, der Hund, der hört aber toll. Aber Leute, eins kann ich euch sagen, wenn ihr bei jedem Menschen und bei jedem Hundetrainer mal zu Hause reinschnuppern könntet, ihr würdet euch wundern. Also bei mir läuft auch nicht immer alles glatt. Das, was ich wirklich, wo ich wirklich immer für sorge, ist, dass ich für mich sorge und dass ich konsequent, liebevoll und mit sehr viel Zeit und Ruhe an bestimmte Sachen rangehe. Ich lasse mich nicht hetzen, vor allen Dingen nicht von meinen Gedanken und nicht von irgendwelchen Vorgaben, die die Gesellschaft fordert. Wenn euer Hund in der Hundeschule mal eine 4 schreibt, das ist keine Katastrophe. Wenn ihr mal nicht so toll hört und ihr habt irgendeinen anderen Menschen da stehen, der euch belächelt, weil sein Hund hört wie eine 1, ja, dann soll er sich ein Ei draufbacken. Super, super, toll, dein Hund funktioniert. Meiner funktioniert gerade in dem Moment nicht. Dafür versteht er sich super mit Artgenossen. Deiner ist aber ziemlich asozial. Der hört zwar wie eine 1, ist aber wohl asozial zu Artgenossen. Doch nicht so prickelnd, ne? Also, da auch mal hinschauen und mal auf das Wesentliche achten. Was ist einem wichtiger? Die Beziehung zu seinem Hund oder dass der Hund funktioniert wie eine 1, wie eine Maschine nach Betriebsanleitung? Und wenn ihr versucht, euch wieder ein bisschen mehr in den Einklang zu bringen und auch in den Ausgleich zu bringen zwischen Schnelligkeit und Ruhe, zwischen Sport machen und einfach mal eine Tüte Chips fressen auf der Couch. Wenn ihr es schafft, statt 15 oder 20 Zigaretten plötzlich nur noch 5 zu rauchen, wenn ihr es schafft, eurem Partner einfach mal zu sagen, dass ihr gerade keinen Bock auf ihn habt oder dass ihr ihn liebt, dann seid ihr schon im Einklang dessen, dass ihr das äußern dürft und könnt, was ihr fühlt und nicht das, was ihr denkt. Der Hausmeister im Kopf kann euch ganz schön verrückt machen und euch in Einbahnstraßen und Sackgassen führen. Glaubt nicht alles, was ihr denkt, dann habt ihr auch weniger Stress und nehmt euch nicht so ernst. Eine kleine Hilfe habe ich für euch oder eine Hilfestellung. Wenn ihr in so Momenten oder in so Situationen kommt, wo ihr glaubt, jetzt ist er wirklich echt, dann bedenkt bitte eins. Für alle fällt irgendwann der Vorhang des Lebens. Das Buch schließt sich. Die Kapitel sind dann durch. Ihr nehmt nichts mit. Auch den Stress nicht. Auch die Sorgen nicht. Nichts nehmt ihr mit. Ihr geht einfach von diesem Planeten. Was danach kommt, keine Ahnung. Aber das war es dann erstmal. Und lohnt es sich wirklich, den ganzen Tag sich zu stressen und schlechte Laune zu haben oder im Selbstmitleid zu verfallen und zu sagen, Oh ja, ich bin aber gerade irgendwie und hier. Aber morgen, nächste Woche, nächsten Monat fange ich an. Und nach dem Urlaub, da ist aber, und wenn ich die Beziehung beendet habe und wenn, wenn erstmal die Kinder aus dem Haus sind und wenn, 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 wenn ich dann die Rente durch habe in 20 Jahren, dann, dann ändere ich aber mein Leben. Und dann habe ich auch deutlich weniger Stress. Also sobald ich nicht mehr auf dieser Arbeitsstelle bin, sobald ich nicht mehr mit diesen Menschen zusammen bin, sobald ich nicht mehr zur Schwiegermutter fahren muss, sobald ich meine 20 Kilo abgenommen habe, dann habe ich auch weniger Stress. Machen. Machen. Nicht reden, machen. Einfach anfangen. Jetzt anfangen. Heute anfangen. Jetzt gerade willst du dir die Zigarette anmachen. Gerade jetzt entscheidest du, nein, die raue ich jetzt nicht. Oh. Oh. Und deine Sucht wird dich verführen wollen. Ja. Sie wird dir sagen, na komm, jetzt eine. Jetzt mit dem Kaffee zusammen. Mh, lecker, toll. Aber du kannst auch deinem Gehirn ein Schnippchen schlagen und sagen, halt, nee, die raue ich jetzt nicht. Und das ist meine Entscheidung. Meine Entscheidung. Ich werde diese Zigarette nicht rauchen. Ich werde versuchen, mit diesem Menschen nicht länger zusammenzuleben. Ich werde versuchen, meinem Partner gleich zu sagen, wie sehr ich ihn liebe. Ich werde versuchen, meinem Hund zu zeigen, dass er meinen Stress nicht ausbügeln muss. Ich werde es versuchen. Ich werde starten. Ich werde jetzt beginnen. Jetzt, genau in diesem Moment. Ich habe jetzt den einzigen Moment, der zählt. Der jetzige Augenblick. Ich habe die Chance, denn ich kann es verändern. Es gibt auch Menschen, die können es nicht verändern. Und wenn ich euch noch vielleicht einen Tipp mitgeben kann, was die Situation mit dem Krieg betrifft. Ich handhabe es so, dass ich das alles wirklich extrem schlimm finde und es mich auch sehr belastet. Aber ich gebe mir auch die Möglichkeit, dass es Zeiten gibt, wo es mich nicht belastet. Wo ich mir einfach Zeiten der Erholung schenke. Ich sitze hier in einem warmen Zimmer und spreche mit euch und sehe draußen mein Vogelhäuschen, wo ich die Vögel fütter. Und ich habe einen schönen Garten und ich habe ein tolles Leben. Ich habe wundervolle Menschen um mich herum. Ich bin gesund. Ich bin erfolgreich. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich das leben darf, was ich fühle. Und das gönne ich mir auch. Ich gönne es mir einfach auch. Und wir dürfen auch mal Spaß haben. Und wir dürfen auch sagen, ja, es ist im Moment echt ziemlich katastrophal, auch die ganze Situation. Aber jetzt gerade diesen einen Moment hier oder diesen Tag mit meinen Kindern oder mit meinem Partner oder mit meinem Hund und diesen Moment, den genieße ich. Und ich lebe ihn und ich möchte jetzt gerade nicht über Krieg sprechen. Ich möchte nicht über die Silvesternacht sprechen. Ich möchte auch nicht über Heizkosten pauschalen und über Probleme und Klimawandel. Und das ist zu viel. Leute, es ist zu viel. Und diese Probleme und dieser Stress, es überträgt sich alles auf uns, auf unsere Mitmenschen und auf unsere Hunde. Und das ist nicht gut. Es ist nicht gesund. Ihr merkt, das ist ein Appell nach draußen, dass ihr das Recht habt und das Geschenk habt, in Dankbarkeit euer Leben zu leben. Ja, in Dankbarkeit. Ihr sitzt zu Hause und schaut mir zu oder hört mir zu. Und ihr habt dieses Geschenk, dass ihr in eurer Wohnung, in eurem Haus, vielleicht in eurem Auto sitzt und gerade mir zuhört. Und das ist ein Geschenk, ihr wisst nicht, wie lange ihr dieses Privileg habt. Ja, ihr wisst es nicht. Es kann euer letzter Tag sein, an dem ihr euch freuen könnt. Es gibt Menschen, die bekommen eine Information und innerhalb von Sekunden ändert sich ihr ganzes Leben. Die bekommen eine Nachricht, dass ein geliebter Mensch verstorben ist bei einem Unfall. Die bekommen eine Diagnose. Die verlieren ihren Hund. Die leben in Situationen, wo sie die ganze Zeit nur unter Angst leben. Deshalb genießt euer Leben, wenn es frei ist. Und wenn es nicht frei ist, dann macht euch frei. Ihr seid in der Situation, ihr könnt es machen. Wenn es nur eure Arbeitsstelle ist, wenn es nur euer Partner ist oder die Luxusprobleme, soll ich jetzt heute irgendwie 10 Kippen rauchen oder 20, ob ihr das Luxusproblem habt, dass ihr sagt, oh jetzt muss ich aber mein Wohnzimmer mal auf 22 Grad heizen und nicht auf 25 Grad. Ich glaube uns, nein, ich weiß, uns geht es gut. Vielen Menschen geht es gut. Und wenn man dann, wenn viele Menschen dann irgendwann nichts mehr haben, wo sich aufregen, dann regen sie sich übers Wetter auf. Dann ist es zu kalt, dann regnet es zu wenig, dann regnet es zu viel. Ach, jetzt ist es aber trocken, jetzt könnte aber nochmal regnen. Jetzt müsste aber ein Schnee fallen, weil, ach ja, wir hatten Weihnachten und irgendwie nie mehr Schnee. Ich finde das langweilt. Es gibt wirklich wichtigere Dinge zu tun, als sich über das Wetter zu unterhalten. Also, ich schicke euch jetzt richtig gute Energien. Ich schicke euch gute Laune. Ich schicke euch Liebe und Verständnis und Dankbarkeit und die Ehrfürchtigkeit auch, hier auf diesem Planeten verweilen zu dürfen. Ist ja auch ein Privileg, ist ja auch ein Geschenk. Wir wissen ja auch nicht, wie lange. Und ich schicke euch ganz viel Geduld und Ruhe, auch für eure Hunde. Und ich hoffe, dass diese gesamte Energie dann auch bei euren Hunden ankommt. Und euren Hunden schicke ich Verständnis. Verständnis für euch und dass ihr das nicht extra macht, wenn ihr dann verzweifelt seid und wenn ihr dann ungeduldig seid und wenn ihr dann zu ungestüm seid, wenn ihr zu forscht seid, wenn ihr zu funktionierend seid. Da schicke ich euren Hunden die Energie nach draußen, dass sie daran denken oder es fühlen, dass das irgendwann mit euch eine Wende bekommt. Und ihr, ihr Lieben, hört auf die ganze Zeit zu funktionieren. Das macht euch und uns krank. Hört auf in diesem Stresskostüm die ganze Zeit zu lächeln und so zu tun, als müsstet ihr immer fortlaufend funktionieren. Seid authentisch mit euch selbst auf eurem Herzensweg. Wenn ihr nicht gut drauf seid, dann seid nicht gut drauf. Seid traurig. Weint. Wenn ihr wütend seid, schreit. Wenn ihr albern seid, lacht. Habt Spaß. Scheißegal, was die anderen über euch denken. Wenn ihr meint, ihr müsstet mit nackten Füßen über die Wiese laufen, dann macht's. Und wenn dann Leute kommen und sagen, oh, guck mal, das ist ein Öko, das ist ein Esoteriker. Ja, dann seid ihr gerade in dem Moment Esoteriker. Wenn ihr zu viel lacht und die Leute sagen, oh, der lacht aber hysterisch oder die, der hat bestimmt gekifft. Ja, dann lasst die Leute im Glauben, dass ihr einen gekifft habt. Und selbst wenn ihr einen gekifft habt, dann tut das, wenn ihr meint, ihr müsstet euch einen trinken, trinkt euch einen. Wenn ihr meint, ihr müsstet mal sechs Monate gar nicht trinken, dann tut das auch. Macht es bitte aus dem Bauch, aus dem Herzen heraus. Lasst euch nicht die ganze Zeit vom Gedankenkostüm oder von eurem Hausmeister im Kopf manipulieren. Und werdet dadurch dann unglücklich, sondern lebt eure Gefühle aus. Und wenn ihr authentisch seid und eure Gefühle auslebt, dann werden sich eure Hunde bei euch bedanken. Und zwar mit einem guten, normalen, angemessenen Verhalten. Sowohl Menschen als auch anderen Hunden oder Tieren gegenüber. Euer Hund kann nur ausgeglichen sein und souverän sein und mit euch durch bestimmte Situationen gehen, wenn ihr mit euch souverän, liebevoll und konsequent seid. Also erwartet bitte nichts von anderen, auch nicht von euren Hunden, wenn ihr es selber nicht erfüllen könnt. Geht in die Selbstreflexion. Schaut in den Spiegel eurer Seele. Und euer Hund ist die Türe zu eurer Seele. Eure Hunde haben den Schlüssel, um den Hausmeister aus euren Räumen im Kopf zu vertreiben und mal gut durchzulüften. Eure Hunde geben euch die Freiheit. Die Freiheit von Gedanken. Ihr Lieben, ich hoffe, mein Talk, mein Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit, noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und macht euch frei. Frei von Stress, frei von Gedanken. Und folgt eurem Hund. Denn der wird sich auf dem Herzensweg niemals verlaufen. Klickt hier unten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.